Worum geht's? Das übliche. Hater. Die Hater... Wisst ihr, die Hater sind manchmal auch so Lemmings, muss ich sagen. Da läuft einer vor und alle anderen laufen hürnlos hinterher. Und ob man da die Klippe runterfällt oder quasi ein Verbrechen begeht oder nicht, spielt keine Rolle. Einer läuft vor, alle anderen laufen nach. Die Hater können sich ja nichts neues einfallen lassen. Die bringen nur die gleichen Scherze die letzten sechs Jahre immer wieder. Und weil Hater eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Fliege haben, wohlgemerkt einer Obstfliege, merken sie das gar nicht. Ich finde das immer lustig. Die Hater werfen mir immer vor, dass alles, was ich sage, gelogen ist. Wissen aber nicht ansatzweise irgendwas von dem, was die Wahrheit ist oder die Lüge. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, total lächerlich. Immer diese Wortklaubereien der Hater, Alter. Das ist genau das gleiche arrogante Getue wie die Hater immer, Alter. Die wissen immer alles besser. Obwohl ich das seit sechs Jahren mache, wissen sie es besser. Also ich persönlich finde das, was die Hater machen, ist viel mehr lachhaft und witzig, Alter. Jeder Hater, der hier Scheiße braut und auch noch weiß, was Sache ist, entscheidet sich bewusst für böses Tun. Hater sind dumm und labern viel Scheiße rum, Mann. Wie dumm sind die denn immer noch sechs Jahre und die lernen nichts. Lieben Hater. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt die raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ohne Dreck, Alter.